Gibt's da nicht auch was Natürliches? Der Naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschke. Ihr seid genau richtig bei Gibt's da nicht auch was Natürliches? Dem Naturheilkunde-Podcast mit Deutschlands beliebtester Naturheilkunde-Äztin Dr. Franziska Rubin. Da fehlt echt nur noch der Tusch. Und mit Sina Peschke zuständig für die richtigen Fragen, hoffe ich. Ja, wir reden heute über eine der natürlichsten Dinge der Welt, nämlich über die Wechseljahre oder auch Menopause genannt. Man kann eigentlich nicht oft genug darüber reden, weil es sich lohnt darüber zu diskutieren, ob die Wechseljahre wirklich nur Verlust bedeuten, sondern auch Chancen bieten. Franziska hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, nennt sich Magic Midlife und da muss man schon Spaß verstehen. Wieso? Du bist doch schmarrn. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Ich habe dir die Kurve eines Glücksforschers vom Professor Tobias Esch mitgemacht gebracht. Jetzt schau da mal drauf. Das ist eine Kurve. Eine Glückskurve. Ja, nehmen wir mal an, du bist da oben 20 und dann, was passiert da? Da bist du sehr, sehr glücklich. Und dann geht es steil bergab eigentlich bis hier. Da bist du ungefähr 43. Da geht es dir am schlechtesten im Leben. Und guck mal, was jetzt passiert. Warte mal, da steht, wie viele Jahre sind das? 42,9. 42,9. Guck mal. Und da geht es jetzt nur noch bergauf. Das ist doch eigentlich mal eine super Nachricht, oder? Richtig. Ihr müsst euch das so vorstellen, diese Glückskurve sieht aus wie ein U am linken Ende. Nein, dann bist du am Anfang 20 und dann geht es dir ganz schlecht, wenn du da unten bist, so Mitte 40 ungefähr. Mit 42,9 bis am Ende. Und jetzt geht es nur noch bergauf. Und das ist der Grund, warum ich es mitgebracht habe, weil das nämlich ganz interessant ist. Wir denken ja was anderes vom Alter und auch von den Wechseljahren. Wir denken oft an Krise, wir denken oft an alles geht bergab, gehen wir körperlich schlechter, weiß ich was, Verluste und tralala. Also wie wir über das Alter nachdenken, ist eigentlich eine Schande, denn eigentlich geht es ja offensichtlich bergauf. Und warum? Das will ich dir heute erzählen. So, ich überlege gerade. Also wenn du mit 42,9 Jahren den Tiefpunkt in puncto Glück erreicht hast, dann frage ich mich. Wo du gerade bist, das verraten wir nicht. Wie komme ich auf der Steilkurve nach oben, denn ich fühle mich noch nicht dort, wo ich sein müsste. Was heißt das? Du fühlst dich noch nicht so glücklich, wie du gerne wärst. Ja. Naja, du bist ja auch nur auf dem aufsteigenden Ast. Du bist ja sozusagen gerade durch dieses Tief da unten durchgegangen. Und das finde ich interessant, weil wir, wenn ich jetzt über mein eigenes Leben nachdenke, wie was ich vorher gedacht hätte, dann hätte ich gedacht, ja wow, Studium ist cool, da ist man froh, dass man aus der Schule rauskommt. Und dann kommt so eine Zeit, da kriegt man ganz viel, da baut man ganz viel auf, das ist ganz spannend mit Kindern und so, alles ganz toll. Und danach geht es sozusagen bergab. Da werde ich alt. Und es ist ja genau andersrum. Ich meine, wir sind jetzt gleich alt. Ich bin ein bisschen schneller gewesen mit den Kindern. Bei mir sind sie schon raus. Du bist dann noch in einer anderen Lebensphase. Wie fühlst du dich eigentlich? Ich merke, dass es bergauf geht. Ich merke diese Freiheiten. Und gerade diese Beschäftigung mit Magic, mit Life hat mir auch klar gemacht, sozusagen, wo Herausforderungen sind. Ja, also wo man wirklich jetzt sich, wo sich was verändert, auch durch die Wechseljahre, dem man sich stellen könnte, sollte, möchte. Und dann merke ich aber auch, das ist irgendwie lässig, ja. Wenn die Kinder so ihre Sachen alleine machen, beruflich bin ich irgendwie da angekommen, weitestgehend, wo ich hinwollte. Ich muss nicht mehr jeden Euro umdrehen. So, da gibt es so ganz viele positive Dinge, die man sich durchaus bewusst machen kann. Denn dann spürt man, dass die Kurve hochgeht. Aber wir kommen zur Kurve nochmal am Ende, weil da gibt es nämlich ganz spannende Sachen. Lass uns erstmal so ein paar Tipps besprechen, wie man das Ganze vielleicht noch ein bisschen positiv beeinflussen kann. Sagen wir es mal so. Genau, richtig. Naja, werden wir sehen. Top 5. Tipp 1. Ja, ach, du willst es von mir wissen. Ja, natürlich. Ich dachte, du sagst, ja, ich habe es dir ja geschrieben, ich dachte, du sagst auch schon wieder Bewegung, die immer mit ihrer Bewegung oder sowas, ne? Ja, natürlich, aber ich meine, da wird schon was dran sein, denke ich mir immer. Ich sage dir mal, was Bewegung macht, aber nur mal so im Schweinsgalopp. Also, die stärkert unser Abwehrsystem, das heißt, wir sind weniger krank, wir haben viel mehr Killerzellen in unserem Körper. Wir sind weniger, also die uns sozusagen gegen Bakterien, Viren, Pilze verteidigen. Wir sind besser ausgelastet, wir sind abends müde, wir haben dann einen gesunden Schlafdruck, sagen die Mediziner. Ja, das heißt, wir schlafen auch deutlich besser. Wir können unseren Stress dadurch abbauen, wir können unser ganzes, alles in unserem Körper besser durchbluten sozusagen. Dadurch haben wir zum Beispiel auch einen, bremsen wir den alterungsbedingten Abbau der Hirnleistung und natürlich auch unserem ganzen Muskel-Knochensystem, kommen wir gleich noch zu. Deswegen kann man eigentlich das Fazit sagen, Sport schenkt uns Jahre. Das klingt gut, da werden wir doch alle hinhörig. Da gibt es eine spannende Studie, da haben sehr fleißige, muss man sagen, Forscher über acht Jahre hinweg Daten von 700.000 ehemaligen Angehörigen des Militärs ausgewertet. Die kriegt man halt gut, die gehen jedes Jahr wieder zur Nachsorge und beantworten auch gerne mal ein paar Fragen. Und dann hat man festgestellt, dass der Sport also extrem viel bringt, aber man hat vor allen Dingen nach dem geguckt, was ist denn lebensverkürzend sozusagen? Wer von denen stirbt am ehesten und woran lag das? Und jetzt sage ich dir die Nummer eins, die lebensverkürzend wirkt, ist zu wenig körperliche Bewegung. Also es ist wirklich, wie man so sagt, das ist das neue Rauchen. An Platz zwei ist übrigens dann das echte Rauchen. Und das sind Risikofaktoren, die verkürzen die Lebenszeit um 30 bis 45 Prozent. Also das hat offensichtlich Konsequenzen und deshalb ist es immer ganz schick, wenn man das so in sein Leben einbauen kann. Legt dir das mal 30 bis 45 Prozent in Jahren? Naja, das sind dann 20 Jahre oder so. Und das alles nur durch Bewegung. Ja gut, aber jetzt müssen wir das wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen relativieren. Weil wenn jemand, der noch nie sich bewegt hat im sportlichen Sinne, das hört, dann denkt er, oh jetzt muss ich eine Stunde joggen gehen oder so. Was meinst du jetzt mit Bewegung? Was hilft da schon? Da gibt es eine ganz interessante Studie, die heißt die Copenhagen City Heart Study. Und da haben Forschende 25 Jahre lang die Lebensdauer von tausenden von gesunden Erwachsenen untersucht und haben geguckt, welcher Sport bringt uns denn am meisten. Was würdest du jetzt mal denken spontan? Was empfiehlt der Arzt? Der Arzt empfiehlt, Ärzte empfehlen schon gerne Joggen und Walken. Genau. Und das stimmt überhaupt nicht. Am besten funktioniert Tennis. Das bringt nämlich 9,7 Jahre. Und Badminton hat 6,2 Lebensjahre gebracht. Und das finde ich so witzig, weil dann sage ich mir immer, boah, das ist doch total verletzungsintensiv. Was passiert, wenn du auf den Ball steigst oder einen Schläger gegen den Kopf kriegst? Ich bin mal Badminton mal voll gegen die Wand gelaufen. Egal, ich glaube, das läuft unter Pech gehabt. Ja. Und vor allen Dingen ist es irgendwie ein bisschen komplizierter, als schnell mal Joggen zu gehen. Da musst du zum Tennis. Macht aber mehr Spaß. Und das ist es vielleicht auch. Spielst du Tennis? Früher, ja. Und übrigens Fußball bringt auch 4,7 Jahre. Und jetzt kommt erst nämlich Joggen. Was so gerne. Was ist ja der Lieblingsstatus der Ärzte sozusagen mit 3,2 Jahren sogar nur noch. Also, tja, da kann man auch nochmal überdenken, ob man sich doch Tennis-Damen-Doppel macht ab jetzt. Okay. Das ist also Tipp 1 Bewegung. Auch wenn wir das immer wieder sagen müssen, es hilft. Ja, weil das ist auch so interessant, dass es immer wieder untersucht wird, immer wieder neue Zahlen dazu gibt. Und wenn man es dann noch mit Spaß kombinieren kann, dann bringt es richtig viel. Und warum das so wichtig ist, das kommt sozusagen bei Punkt 2 vor. Der wäre? Naja, da geht es um Ernährung und Abnehmen. Ach Gott, das leidige Thema. Wolltest du früher auch schon immer abnehmen? Oder nur jetzt? Ich meine, da geht es mir wie ganz vielen Frauen, das ist so ein Lebensthema bei mir. Stimmt. Ja, das ging los. Ich habe im Schwimmbad früher immer nur gelegen. Und noch leicht den Bauch eingezogen. Da gab es doch diese Tangas, die man so an den Seiten einfach nur so zugebunden hat. Das ging gar nicht. Naja, es ging los. Bei wem geht das schon? Ja, es gab schon genügend, wenn die anderen ins Wasser gesprungen sind, dann blieb ich liegen. Ich dachte, nein, Sina, lieber nicht. Das sieht nicht gut aus. Dann bist du so gerobbt oder was? Aber Badeanzug ist auch keine Lösung, nicht in dem Alter. Also bleibst du liegen. Nee, 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 nee. Ja, nee, also ich will nur sagen, ich kenne das und ich bin auch jemand, der ein guter Futterverwerter ist. Das sieht man aber nicht. Jetzt nicht, weil ich so viel Sport mache. Siehste, da sind wir wieder da. 42 Millionen Frauen haben wir in Deutschland, davon sind ungefähr 11,5 Millionen zwischen 40 und 60 und fast die Hälfte von denen findet sich zu dick. Also das ist ja nochmal die persönliche Wahrnehmung, da gibt es ja auch nochmal eine Diskrepanz. Das ist ja ganz wichtig. Aber ich habe es mal an mir selber durchgerechnet und habe gedacht, das ist ja schwindelerregend. Also es geht ja, im Grunde, wenn ich dieses Thema Wechseljahre in der Sendung hatte, dann hatte ich immer einen Professor neben mir und ich konnte darauf warten, bis eine Frau anruft, die in den Wechseljahren ist und sagt, ich habe fünf Kilo zugenommen, was soll ich machen? Und es ist witzig, weil egal, wer neben mir saß, haben die in der Regel gesagt, akzeptieren sie es, aber sehen sie zu, dass es nicht noch mehr wird. Genau. Und ich habe so gelacht wie du, habe mir gedacht, was ist denn das für eine komische Antwort? Man akzeptiert doch als Frau nicht fünf Kilo mehr und bindet sich damit ab, dass es nicht mehr wird. Und die haben jetzt, aus meiner heutigen Sicht, haben die sowas von recht, weil der Körper verändert sich, das erzähle ich gleich noch genau, der verändert sich nun mal einfach und man muss eigentlich gucken, dass das nicht immer weiter voranschreitet. Aber es ist unheimlich schwierig, die Uhr zurückzudrehen. So, naja, komm, dann aber jetzt, sag mal, wie geht das? Ja, und eigentlich würde ich mal sagen, gut, also ich erzähle es dir mal an einem einfachen Beispiel. Nehmen wir mal an, also ich war 30 Jahre alt, habe schon 70 Kilo gewogen. Aber ich war immer sehr sportlich, hatte viel Muskelmasse. So, und dann habe ich mit 40 auch 70 Kilo gewogen, sah aber schon ein bisschen anders aus. Da waren ja die Kinder schon da und mit 50 war es dann nochmal anders. Und ich habe aber immer das Gleiche gewogen. Und eigentlich habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich mit dir passiert? Ja, wieso siehst du nicht mehr so aus wie früher? Ja, und was der Körper macht einer Frau ab 30 Jahre ist, der baut Muskelmasse in Fettmasse um. Das heißt, ich verliere pro Jahrzehnt ungefähr eineinhalb bis drei Kilo Muskelmasse und der Körper baut dafür die doppelte Menge Fett ein. Weil Fett ist ja leichter als Muskel. Das heißt, ich verändere mich, ich werde zu der Quaddel quasi, die ich heute bin, außer ich halte wieder gegen mit Sport. Und dann muss ich richtig arbeiten, damit ich diese Muskelmasse sozusagen erhalte, weil mein Körper hat die Tendenz, die abzubauen. Die ganze Zeit. Ich glaube, das ist auch das, was man sich selbst eingestehen muss. Es geht nicht darum, jetzt extrem viel Muskelmasse aufzubauen, sondern es geht darum, zu halten, was zu halten geht. Ja, da musst du dir aber erstmal bewusst machen, dass das ganze Spiel schon mit 30 losgeht. Ah, ja, ich spüre das ja auch. Und das ist das Blöde. Und dann geht er ja noch an andere Stellen, der Speck. Das heißt, er legt sich um unsere Organe und da wird es gefährlich. Dieses Thema Bauchfett. Warum wird der Bauch plötzlich größer? Also ich hatte früher immer eine Hammertalje und dann eher dickere Oberschenkel. Plötzlich formiert sich das alles um. Und da kommt das nächste Thema ins Spiel. Das macht dann eben krank. Dieses ganze Fett um den Bauch rum, das treibt uns den Blutdruck hoch, das treibt uns die Cholesterinwerte, die Triglitzeride, alles geht plötzlich hoch. Und da wird es dann gefährlich. Und ich glaube, das ist auch so vielleicht meine Botschaft an der Stelle, wenn man sich wohlfühlt mit diesen fünf Kilos, also um mal wieder zurückzukommen zu dem, was der Professor gesagt hat, dann ist das okay. Ich finde nicht, dass man die gleiche Figur immer haben muss. Oder ich, es ist ja auch egal, was ich finde. Also ich finde, da muss man sich auch ein bisschen lösen, vielleicht von diesem Ideal. Sondern es geht darum, wann macht mich das krank? Und dann muss ich spätestens die Reißleine ziehen. Und das ist auch das, was die gemeint haben. Die haben gemeint, diese fünf Kilo, das ist so eine Umarbeit sozusagen dieses Körpers. Aber danach wird es brenzlig. Dann gehen wirklich oft diese ganzen Werte hoch und dann muss man wirklich reagieren. Und dann ist jetzt wieder die Frage, wie? Und da muss man fairerweise sagen, ich weiß nicht, wie viele Diäten hast du gemacht in deinem Leben? Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einer Punkte-Diät angefangen. Das war so in den 80ern. Ja, ja, ja. Kennst du noch die Ananas-Diät? Hawaii-Ananas-Diät? Ich komme ja aus dem Osten. Es tut mir leid. Ja, ja. Und ich komme nur aus dem popeligen Westen, weil die kommt eigentlich aus Amerika. Und da, also noch weiß ich, da hat man nämlich Ananas und Hummer gegessen. So war der Ursprung der Hollywood-Diät. Das heißt, die haben natürlich Hummer, das konnten wir uns als Studenten nicht leisten. Dann haben wir dann Hühnchen genommen oder so. Die hat es gar nicht bis zu uns geschafft. Wurchtbar. Also wichtig ist ja, wir haben ja alle gelernt, das funktioniert ja irgendwie nicht, weil ich meine Ernährungsgewohnheiten dauerhaft umstellen muss. Sonst kommt der Jojo-Effekt noch nicht mehr dicker als vorher. Und jetzt wird das ganze Spiel nicht leichter. Also es hört auch quasi nie auf. Und es geht aber vielen so, das vielleicht zur Beruhigung. Und man sollte vielleicht mal so ein ganz pragmatischer Tipp, die Business-Teilchen aus Größe 38, wo man irgendwann mal reingepasst hat, die sollte man dann doch mal auf dem Flohmarkt schaffen. Genau. Oder seinen Töchtern geben, die sagen, ey, das ist mir aber zu groß. Ja, und weißt du, was die nächste schlechte Nachricht, die ich leider noch sagen muss, damit man das Ganze mal kapiert hat? Also ich habe mich da wirklich mit auseinandersetzen müssen. Und ich bin ja eigentlich Ärztin, damit ich das kapiert habe, was da eigentlich passiert in meinem Körper. Dadurch, dass dieser Muskel ständig abgebaut wird, also über diese 20, 30 Jahre, und das geht ja immer weiter, das Spiel, und klammheimlich durch Fett ersetzt wird, braucht man nicht mehr so viel Kalorien. Und das ist der Grund, warum die Leute sagen, ja, ich esse doch genauso wie früher. Und ich nehme dabei zu, weil du hast diesen Muskel nicht mehr, der in dir arbeitet, der das verbraucht, was du da isst. Ja, das heißt, ich habe das mal ausgerechnet, du hast sozusagen, wenn du mit 50 schon diese paar Kilo Muskeln da verloren hast, dann musst du jeden Tag 65 Kalorien sparen. 65 klingt jetzt mal nicht viel, aber wenn du so weiter isst wie bisher, dann hast du alle zwei Monate ein Kilo mehr. Einfach nur so. Und das ist das, was die gemeint haben. Die haben gemeint, okay, guck mal auf den Umbau deines Körpers, wirke dem entgegen, weil sonst geht das Spiel immer weiter. Und man kann auch wirklich, so ein pragmatischer Tipp von mir zwischendurch, man kann einiges tun. So im Alltag, man muss nicht erst in die Muckibude rennen. Ich zum Beispiel habe meine zwei Kilo-Hanteln, also zweimal zwei Kilo, die habe ich neben dem Herd stehen. Ein Bild. Neben dem Obstkorb liegen die. Und wenn ich Kaffee koche, ich habe so eine italienische Kaffeekanne, die braucht acht Minuten. Und in diesen acht Minuten nehme ich dann die Handeln und mache dann so Bizeps, Trizeps. Siehst du was? Ja, super. Alles gut. Ganz toll. Ganz toll. Ist kein Scherz. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Ach ja, apropos nächster Tipp. Ja, aber es ist ja auch interessant, wenn man das versteht, finde ich. Es geht ja immer um Chance oder Verlust. Also wenn ich das kapiere, was da in mir passiert, finde ich, kann man da bewusster auch gegensteuern. Und nicht immer nur sagen, warum kann ich nicht mehr essen wie früher. Darum. Ist einfach so. Mist. Blöd gelaufen. Nächster Tipp. Ja. Tipp ist es, ja, es ist die Frage, wie ist das so mit dem Jünger aussehen oder mit dem Jünger sich fühlen oder sowas. Oh, ganz schwieriges Thema. Weil? Naja, ich meine, kennst du nicht dieses Gefühl, wenn du morgens mal aufstehst und denkst, wer ist denn das, wenn du in den Spiegel guckst? Was ist denn das? Und denkst du, wie kriegst du das wieder hin? Oh ja. Das ist so, es ist schon, es gibt Tage, da denke ich mir, das bin ich nicht. Ja. Weil es ist klar, diese Veränderungen, die sind immer unabhängig auch von dem, wie wir uns fühlen, ne? Welcher Situation gerade. Ich finde immer Stress, wenn sie richtig viel Stress hat, dann, boah, dann denke ich, wow, wer ist denn die alte Frau da im Spiegel? Ja, genau. Bist du unsichtbar schon oder nicht? Unsichtbar, was meinst du mit unsichtbar? Hat mich mal ein Professor gefragt, hat er zu mir gesagt, du bist aber noch nicht unsichtbar, oder? Da habe ich gesagt, was ist das denn für eine Frage? Ja. Es ist aber etwas, was viele Frauen beschreiben und es hat natürlich was mit dem Ende unserer reproduktiven Phase zu tun, ja? Also wir können ja sozusagen keine Kinder mehr bekommen ab der Menopause, die du gerade erwähnt hast. Das Menopause ist ja der Tag der letzten Regel, also wo es dann vorbei ist quasi. Und da ist das ja so, dass wir aus der reproduktiven Phase rausfallen. Also wir sind nicht mehr zum Kinder machen gut. Und dann ist das auch so, dass sozusagen alle, die eigentlich innerlich programmiert sind, also alle jungen Männer sozusagen, die innerlich programmiert sind, ich suche eigentlich hier mein Weibchen, die gucken wirklich durch einen durch. Geht dir das nicht so? Also ich finde, ich habe dieses Thema schon mal gehört, dass man das diskutiert hat. Das gebe ich jetzt offen zu. Aber ich finde, man sollte da auch nicht sich da reinsteigern. Also ich... Die Frage ist ja, wie wichtig ist das? Ja. Und vor allen Dingen, man sollte sich, also wenn es um Männer geht, dann die Typen aussuchen, wo es vielleicht logisch ist oder wo vielleicht größere Chancen bestehen. Also ich will doch jetzt keinem 40-Jährigen mehr gefallen. Ich meine, guck mal, wer jetzt alles schon über 60 geworden ist. Ich meine, George Clooney ist auch 60. Ja, aber guckt ja nach 50- oder 60-Jährigen. Ach klar. Ja, das ist super, weil da sind wir nämlich bei dem Thema mit dem Selbstbewusstsein. Also kein Selbstmitleid, kein Selbstmitleid. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss sich schon ein bisschen kümmern, finde ich. Und wenn ich zum Beispiel eine Frau sehe, ja, auf der Straße und die hat unheimlich schicke Sachen an und ein tolles Kleid, dann erwische ich mich dabei, dass ich auch mal ganz laut spontan sage, schönes Kleid. Und das ist ein schönes Gefühl. Also ich mache es ja nicht, um irgendwelchen 35-jährigen Männern zu gefallen. Ja, und das ist ja wichtig. Und da sind wir wieder beim Thema Chance oder Verlust, ja. Also viele Frauen empfinden das dann irgendwie als schmerzhaft, die früher viel Aufmerksamkeit bekommen haben, dass plötzlich durch sie durchgeguckt wird. Das Problem haben andere nicht so, die das noch nie so erlebt haben. Aber die Frage ist, ist das wirklich ein Problem? Oder ist das nicht auch eine Chance? Ist das nicht eigentlich genial? Guck mal, gestern Abend, die zwei Typen, die waren doch auch ganz nett. Also ich finde, das ist ja ganz wichtig, aber ich hatte da einen Moment, wo ich damit gehadert habe, wo ich gedacht habe, ist das irgendwie so komisch, es fühlt sich ganz anders an. Alle gucken meinen Töchtern hinterher, ja. Und ich bin da sozusagen der Störfaktor daneben. Und ich finde das schon interessant. Aber dann frage ich mich ja, wieso ist das für mich überhaupt wichtig? Ja, ist doch total cooles Gefühl eigentlich, ja. Dass ich plötzlich mich nicht mehr in Positionen schmeißen muss oder so, sondern ich weiß, wer ich bin, ich kann mich für die freuen, ja. Und das ist ein geiles Gefühl. Also wirklich zu sagen, das ist super, ihr habt jetzt den Stress, ja, sozusagen, euch jemand auswählen zu müssen oder abducken zu müssen oder was auch immer. Ich habe das nicht mehr. Ich kann einfach sein, wie ich will. Und wie du sagst, man kann ja sich nach wirklich dem umgucken, was einem wirklich gefällt und das heute auch anders adressieren, ja, wenn man Solo sein sollte. Erstens das und zweitens, für wen machst du denn das? Diese Frage, die stellt man sich durchaus mal. Und da muss ich sagen, ich mache auch viel für mich. Richtig, ja. Dass ich sage, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte gut aussehen, weil ich das will, weil es für mich wichtig ist. Und ich mache das ja nicht für die anderen, sondern für meinen Wohlfühlfaktor. Ich habe übrigens eine lustige Anekdote von einem Holländer, der hat versucht, sich vor Gericht jünger machen zu lassen. Und der Hintergrund war, dass er gemerkt hat, er hat im Netz beim Dating deutlich bessere Chancen, wenn er als Jünger gilt. Also da wird es offensichtlich street, das Alter, da eine große Rolle. Und der Richter hat es abgelehnt. Der hat gesagt, er kann sich gerne jünger fühlen, aber er darf das nicht ändern, ja. Er hat das bis durchs höchste Gericht gekloppt, ja. Kann ich auch eine schöne Geschichte erzählen. Nämlich? Ich habe zu meinem 40. Geburtstag eine notariell beglaubigte Urkunde erhalten von meinem Chef damals, dass ich nicht älter werde als 39. Ich habe es. Nein. Wenn ich es dir sage. Ja, Wahnsinn, oder? War das ein geiles Geschenk, oder? Ich dachte, er hat gesagt, du sollst nicht sagen, dass du älter bist als 39. Nein, 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 nein. Der hat mir ein Siegel und so kann noch alles ganz toll. Also was ich wichtig finde, was du gerade gesagt hast, eine gute Ausstrahlung ist viel schöner als ein freies Gesicht. Also es ist wirklich so, wenn es einem gelingt, dass es einem gut geht, dann strahlt man das auch aus. Und dann, finde ich, gibt es auch wirklich zauberhafte Menschen, die viel schöner aussehen als jeder junge Mensch, der sich da mit allen möglichen Mitteln oder auch von Natur aus versucht so zu stylen. Ja, aber das kann ja auch jeder sehen, wie er will. Wichtig ist ja, wie man sich damit fühlt. Genau. Und man sollte es nicht schlimmer machen, als es eh schon ist. Ja, 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 da sind wir ja auch beim nächsten Thema. Da sind wir beim Thema Haltung. Was meinst du mit Haltung? Haltung ist quasi, dass man, glaube ich, in dieser Zeit der Wechseljahre seine Haltung ändern könnte, sollte, möchte. Also das zu vielen Dingen und dass das uns vielleicht das Leben auch leichter macht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also Haltung zum, in dem Falle, zum Leben an sich, zum Älterwerden vielleicht. Also ich erzähle dir mal aus einer riesen Datenbank, die hat gesucht nach Begriffen, die wir mit dem Alter verbinden. Und da kommt, was würdest du denken, Alter? Ich verstehe jetzt nicht. Begriffe, die man mit dem Thema Alter verwendet. Ach so, Attribute oder sowas. Furchtbar, will ich nicht, bei mir passiert das nicht. Krankheit. Verhindern, Krankheit, genau. Verfall, Gebrechlichkeit. Weniger kommt Ausdauer, Erfahrung, Weisheit oder sowas. Und weißer Mann, alter weißer Mann, so typisches Schimpfwort oder Hashtag Boomer, kennst du das? Okay, Boomer? Ja, also das sind alles so Sachen, die wir eigentlich so ein bisschen für uns verortet haben. Und das ist einfach so ein Wahnsinnsschmarrn, weil ich würde mal sagen, ab diesem Moment ist die Macht mit uns. Aber das ist eine Haltungsfrage. Wir sind neugierig, wir sind gespannt auf das, was kommt und wir können das gestalten. Wir haben ja schon viel mehr sozusagen in der Tasche an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, an Selbstkritik, aber auch vielleicht Standing, als wir jemals hatten. Und die Gesellschaft spielt uns gerade in die Karten von wegen, wir brauchen die Alten jetzt doch. Ich will mich jetzt nicht als alt bezeichnen, aber plötzlich ist Erfahrung wieder gefragt. Können sie nicht ein bisschen länger im Job bleiben, zum Beispiel Führungskräfte- beziehungsweise Fachkräftemangel, das alles war vor 20 Jahren noch anders. Da haben sich wahrscheinlich Ältere wirklich schlecht gefühlt. Ich finde, das dreht sich gerade ein bisschen. Und meine Mutter, als wir aus dem Haus gingen oder sowas, dass meine Mutter beruflich nie wieder richtig Fuß fassen würde, nachdem sie 20, 30 Jahre draußen war. Das war irgendwie klar und das war gemein. Und jetzt habe ich zum Beispiel Freundinnen, die mit über 60 plötzlich eine Festanstellung bekommen, in einem ganz anderen Bereich. Aber wo sie sagen, das ist so genial, ich nehme all mein Wissen mit, ich kriege richtig Wind unter die Flügel, weil ich kann da was bewirken und ich kann mich engagieren für einen Bereich, in dem ich wirklich glücklich bin. Das habe ich noch nicht erlebt, mein ganzes Leben lang nicht. Und ich finde, das ist so wichtig, sich jetzt mal so zu überlegen, was berührt mein Herz? Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich machen? Und es muss ja nicht der Beruf sein, der die Megakohle vielleicht einbringt, weil es vielleicht auch nicht mehr so wirklich ein Thema ist. Finde ich auch ganz wichtig, dann in dieser Altersgruppe sich zu überlegen, muss ich immer weiter aufbauen oder kann ich auch mal was zurückgeben? Kann ich mich sozial engagieren? Kann ich irgendwo da helfen, wo ich merke, da klemmt es gerade? Und man darf sich nicht provozieren lassen. Also von wegen Hashtag Boomer. Ja, ist so. Ich meine, die nächste Generation sucht natürlich die Abgrenzung. Das macht jede Generation. Und dann sind wir dann halt, die Boomer ja, so what? Und? Ja, genau. Sind wir ja gar nicht. Wir sind so am Ende an der Auslaufbahn. Ich habe mal nachgeschaut. Aber ich finde das genial, dass wir hier vor uns sind. Was für eine Macht. Das ist so genial. Geht bis 65. Wir sind raus. Wir sind rein theoretisch keine. Aber auch nicht lange. So, und ich finde das so irre. Wir haben ja immer diese Grafik gesehen von dieser Wahnsinnsmenge und zwar auf beiden Seiten erstmalig. Männer und Frauen, bei der Altersstatistik, wie die sich immer weiter hochbewegt. Und ich meine, im Augenblick, das ist sozusagen eine irre Power, eine irre Macht, eine irre Kaufkraft, eine irre Ideenkraft sozusagen, die da gerade mit uns so an dem Ende der Wolke wir sozusagen mitschwimmen. Das finde ich richtig faszinierend. Ja, also deswegen klar machen, dass alles, was jetzt kommt, das ist außerordentlich spannend. Wir können das gestalten. Und aufgrund der steigenden Lebenserwartung haben wir noch so viele Jahre vor uns. Das müssen wir uns auch klar machen. Das heißt, das, was wir gerade besprochen haben, wir brauchen die gute Ernährung. Wir brauchen die gute Bewegung, weil wir wollen ja möglichst gut und selbstbestimmt diese Zeit gestalten. Aber da können noch 40, 50 Jahre kommen. Ja, also je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Und wenn es nur 20 oder 30 oder 10 sind, das ist noch echt Strecke und mit der muss man was Gutes machen. Oder kann man was Gutes machen? Bucket List, hast du die schon? Bucket List, das heißt ja eigentlich die Eimerliste. Also das, und du weißt, dass es im Englischen heißt, kick the bucket ist sterben. Also das ist sozusagen die letzte Liste oder das, was man abarbeiten muss. Ist ein bisschen negativ konnotiert sozusagen. Und ich finde immer, für mich gehören auf die Bucket List so ganz viele Sachen, die ich noch machen muss. So wie Versicherung aussortieren oder sowas. Und deswegen würde ich sagen, kick the bucket mit dem Bucket, hau den Bucket weg, sondern überleg dir, was du wirklich eigentlich machen willst. Und da denke ich schon oft drüber nach. Dann sitze ich da und träume und überlege das und das und das. Und dann ist wieder wichtig zu sagen, so schnell wie es geht. Weil erstens kommt man auf gute neue Ideen für die nächsten Geschichten, die man sozusagen machen will. Und sich das zu erlauben, zu sagen, Mensch, ich habe so viel hart gearbeitet und jetzt will ich den Wind unter den Flügeln, jetzt mache ich, was ich will. Und ich sage immer, wer viel Wind unter den Flügeln hat, der spürt die Schmerzen in den Knie auch nicht so sehr oder nicht mehr. Dem ist jetzt nichts hinzuzufügen. Ah ja, doch, ich habe noch was dazu. Das finde ich nämlich auch total spannend. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und das finde ich, kann man gut nochmal mitnehmen. Da geht es nämlich eigentlich darum, wenn man jetzt, das ist eine Australierin, die Sterbende befragt hat. Und die haben quasi gesagt, es geht nicht um Status, es geht nicht um Geld, es geht nicht um den idealen Partner oder die tollsten Kinder oder die weitesten Reisen oder sowas oder die aufregendsten Erlebnisse, weil wir das gerade sagen mit der Liste, sondern es geht darum, ob sich das Leben gelebt anfühlt und authentisch gelebt anfühlt. Was die bereuen, ist, dass sie sich selbst aus den Augen verloren haben, dass sie die Erwartungen anderer erfüllt haben, dass sie zu viel gearbeitet haben, zu wenig Mut gehabt haben, einmal den Gefühlen zu folgen in den ein oder anderen Situationen und dass sie die Freunde verloren haben und sich zu wenig Freude gegönnt haben. Und das finde ich so cool, weil wir sind ja alle immer so drauf, immer weiter schaffen, bauen, machen, tun, allen gerecht werden und sowas. Und es ist wirklich so, sich das mal bewusst zu machen, jeden Tag zu überlegen, okay, wo ist meine Zeit, wo mache ich mir Freude, wo mache ich anderen Freude, was ist mir vom Gefühl her wichtig, nicht vom Kopf. Und dann glaube ich, kann man sehr gelungen diesen nächsten Abschnitt bestreiten. Ich unterschreibe alles. Wir wollten trotzdem nochmal über die U-Kurve reden. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs über die sogenannte U-Kurve gesprochen, die Glückskurve, die aussieht wie ein U. Mit 20 ist man ganz links oben, mit 42,9 ist man unten im U. Also da geht es einem eigentlich am schlechtesten, genau. Und wenn man dann wie alt ist? Naja, es geht so bis 80 hoch. Dann kippt das wieder, weil dann oft die Gebrechen doch überhand nehmen. Interessant finde ich aber, da gibt es ja eine Phase dazwischen, so weiß ich was, ab 60, 70 oder so, wo man auch deutlich irgendwie mit dem Körper zu tun hat. Aber das ist nicht mehr so wichtig dann. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir eben, dass uns oft diese Haltungsänderung gelingt, dass wir wieder mehr Freiheitsgrade bekommen, nachdem wir durch diese Zeit, ich fange mal vorne an, mit den Kindern durch sind, ich fange mal vorne an. Also oben sind wir ganz oben, wenn wir studieren, weiß ich was, wenn wir jung sind oder sowas. Weil wir verschaffen uns Glück durch spontane Glücksmomente. Das heißt Abenteuer. Wir erleben was Neues und wir freuen uns bolle darüber. Wir sind total verliebt und wir sind so immer auf der Suche nach diesem schnellen, schönen Glück, ohne dass wir das wissen. Und dann kommt die Zeit, der man eigentlich am meisten Glück zusprechen würde, nämlich diese Zeit mit den kleinen Kindern, mit dem Job. Und was in der Phase passiert, ist, dass wir zu sehr belastet sind. Wir müssen Häuser abbezahlen, wir sind überfordert, wir müssen alles gleichzeitig tun. Und ich habe immer gedacht, dann ist man sozusagen ganz glücklich, wenn man alles hat. Aber es ist wahnsinnig anstrengend. Man schläft nicht gut und man befindet sich eigentlich in einer Phase, in der Glück entsteht durch die Abwesenheit von Unglück. Also ich bin froh, dass ich heute nochmal durchschlafen durfte. Ich bin froh, dass kein Kind krank ist und alle in der Schule sind. Und dann dreht sich Glück plötzlich um. Glück ist die Abwesenheit von Unglück quasi. Sehr pragmatisch. Es ist wirklich pragmatisch, aber es ist ja so in der Zeit, oder? Du, ja klar, ich kann das total verstehen. Ich freue mich, dass ich heute als schlaftrunkene Mutter nicht das Auto des Nachbarn gerammt habe beim Hausparken. Ich bin so rausgekommen. Und das ist echt so verrückt, ja. Und dann dreht sich das Blatt wieder. Kinder gehen raus. Wenn man Glück hat, hat man noch nicht gleich die Eltern zu pflegen. Das ist eines der nächsten Themen. Aber wir sind sozusagen, wir hören auf, so viel zu wollen, was auch glücklich macht. Und wir verbleiben im Hier und Jetzt. Wir lernen mehr, den Moment zu genießen, die kleinen Dinge zu genießen. Wir wissen plötzlich, was uns Spaß macht. Wir wissen, was uns stresst. Wir können uns von Menschen trennen, die uns nicht gut tun. Und das Ganze macht diesen aufsteigenden Glücksast aus, sozusagen. Aber es kommt noch was dazu. Und das ist interessant, weil das, was die Glücksforscher gemessen haben, sind ja auch Botenstoffe im Gehirn. Das heißt, das lässt sich tatsächlich messen. Und irgendwo scheint da was für uns zu arbeiten. Dass unser Gehirn eher die positiven Gefühle belohnt und fördert als die negativen. Vielleicht brauchen wir nicht mehr diese Achtung-Achtung-Mechanismen wie als junger Mensch oder sowas. Und das heißt, es verändert sich auch was im Gehirn, was für uns arbeitet. Und wir werden glücklicher automatisch. Also die Natur ist noch viel genialer, als man manchmal denkt. Ja, genau. Ist doch so. Ja, das ist schön, oder? Franziska, ich habe das Gefühl, wir können noch eine ganze Staffel zu den Wechseljahren machen. Ja. Oder ihr lest Franziskas neues Buch. Dort geht es um die Wechseljahre in aller Ausführlichkeit. Heißt? Es geht ums Magic Midlife. Genau. Um diese Zeit des Wandels und was man daraus alles machen kann. Wie viele Seiten sind es geworden? Auch keine Ahnung. Ich finde, das war mir das Allerwichtigste. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich habe es mir mit der Anna Kabelius geschrieben. Wir haben uns kaputt gelacht. Wir haben Geschichten ausgegraben. Ich habe meine Freundin gefragt. Ich habe gefragt, darf ich das veröffentlichen? Oder ist es zu privat? Ich habe natürlich alle Namen verändert. Und manche habe ich nicht gefragt. Ich hoffe, ich habe nachher noch ein paar Freundinnen. Und ich habe natürlich viel von mir geschrieben. Ja, es ist einfach so. Es ist die Zeit, durch die ich gerade gehe. Und ich kenne die ganzen Beschwerden. Und ich kenne die ganzen Probleme. Und ich habe einfach mal sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet. Wunderbar. Ja, und es ist lustig an vielen Stellen. Ich habe wirklich Tränen teilweise gelacht. Das ist so schön. Und wir denken jetzt schon einen Schritt weiter. Die nächsten naturheilkundlichen Tipps von dir gibt es in der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen. Und am besten ist ja sowieso, ihr abonniert unseren Podcast. Dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Das ist total praktisch. Und noch besser für uns natürlich, ihr empfehlt ihn weiter, bewertet ihn mit ganz vielen Sternchen. Kleine Rezension, wäre spannend, was ihr dazu denkt. Und noch mehr Infos zu Franziska Rubin und ihren Büchern, weil sie hat ja ganz viele geschrieben, die findet ihr auf franziska-rubin.de. Ja, und die Kurse, die Kurse zum Magic Midlife. Wer Spaß hat, das mal so persönlich zu erleben und für sich zu erarbeiten, das gibt es auf meiner Seite. Und alle Links und Infos nochmal zusätzlich, damit nichts verloren geht, in den Shownotes zu dieser Episode. So, und jetzt haben wir es. Also macht's gut. Bis in 14 Tagen. Bis in 14 Tagen. Ich bin ja alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner und entspannter und zugleich spannender und intensiver macht. Jens Korsen, Stefanie Stahl, Pater Anselm Grün, Franziska Rubin, René Träder, Sabine Askordom oder Veit Lindau sind nur einige meiner vielen inspirierenden Gäste. Einfach ganz leben. Hier geht's um dich. Du findest mich auf einfachgansleben.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf dich.